Willkommen zurück! Ich brauche! Wo ist er? Ray? Ray oder Fark? Ray oder Fark? Ray oder Fark? Hummm! Ray oder Fark? Uuuuh! Fark! Mitkommen! ok wenn ein fahrt mit der eiskalten roboter unser aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant das ist auch aber ich habe volles vertrauen in dich du das regelstunde probleme macht los ein bisschen eine e-decks das ist wieder alles kaut hier warum hier drinnen schaltet die heizung an ich habe mir auch gedacht ich würde mir eigentlich nachschauen wo es hier lexaturen rüstung gibt dank mir markieren muss ich mir markieren fangen wir groß an so wird es dann sinn ergeben oder schau 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 hälfte ist richtig also 3 5 8 noch mal nennen 6 8 nichts an 7 auch dem gleich noch mal das war nichts 5 8 1 3 weil das 10 ergibt nein das ergibt nichts hin 4 6 5 6 6 7 ich habe keine lust mehr auf diese rätsel ach richtig nicht jetzt habe ich schon alles durch nochmal 3 1 das war nichts nein nein ich habe Lust mehr auf rätsel zu spät dafür ich will schon nach mitternacht und es trotzdem zu heiß zu weit weg das zeigt sich nicht aus ich habe mich gar nicht drauf auch verdammt das war wohl nichts das war wohl nichts das war wohl nichts zu einfach aufputschmittel das habe ich vielleicht noch nie benutzt zackensperr ein bisschen mehr Schrott hier x-taste auf alles zu greifen und dann zeigt sich das aus wahrscheinlich nicht das zeigt sich nie aus nie das ist wahrscheinlich gar nichts oben Ok, hoffen wir rüber, ich seh nichts oben, Ok, Heftbett, Converter-Teil, ich hab ganz viel vergessen, dass hier draußen auch Converter sind, wir brauchen einen Rund, da ist da wo, da gibt es ja die fetten Kampfmaschinen hier, ich seh hier schon vor mir, Flammenwerfer, sollten wir genug Muni haben, Handgranate, nur zur Sicherheit, Shazawa, den Schaden, verdammt hab ich gerade da drauf, sieben Flammenwerfer, ich und Ray, oh, die Hündchen, krass, ich hab gar nicht Ray angequatscht, gibt's ja gar nicht, boah, Kampfglosse, bedrohlicher Ort, ja, no, crap, da drüben, kam ausgeschoben, Gute Arbeit Team, und weg von meiner Loot, danke, guter Hund, wer ist ein guter Hund, wirklich das gleiche, ach komm schon, Controller, kann den Wolf rein, schlimmer sein, bester Wolf bis jetzt, oh verdammt, hier gibt's viele Gegner, ich hab schon Ray, ach ich meine, Falk, mein Falk, meine Frank, mein Falk war schon richtig, Ups, kein Wunder, dass er mich hasst, ich kann's verstehen, ich kann's verstehen, uh, ein bisschen Elex, uh, ein bisschen Elex, uh, ein bisschen was, was, Gold, ein bisschen wertloser Dreck, Pöner, ja, mit einem Elex, nur Elex ist Wahres, ich glaube, das sind viele Kampfglosse, das ist schon easy, ey, mein Jung-Business, Falk kickt wieder Leichen herum, gute Arbeit Falk, nein, diesmal nicht, verdammte Schluckenbrausen, gibt's da nicht Kinderbrause oder sowas, dann knascht's euch heute, da drüben, ich glaube, ich hab schon ziemlich die ganze Ammonie aufgebraucht, das waren schon Spezialschüsse, ab, oh boy, Volk, Rückträckung, wenn ich Schlage brauche ich sie, da fliegt doch noch was, meine kleine Drohne, Gute Arbeit Team, gute Arbeit, ich muss wahrscheinlich gar nicht ganz rundherum rennen, ich hab nur Erfahrung, das sind viele kleine Gegner, kleine nutzlose Gegner, oh, Volk, wieder Leichen herum, kleines gleichen Leichen, okay, mehr, Kampf, Gons, 5000, oh, guter Schuss, ich bin vorher sehr am nutzvollsten, Eisennäherz Falk, das Material aus dem wir beide gemacht sind, gut, 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 die Schütte, das ist doch nicht, guter Arbeit, bald, erledigt den Rest, Rimes, okay, Ah ja, ah ja. Noch ein Kampfertraum. Dann, hier ist viel Kavallerie. Genau, richtig. Ah, dann erledigst du schon. Sorry. Bist du dir sicher, dass du den Kampf nicht erledigen willst? Der will dich, eindeutig. Okay, doch. Okay, Kampf vor uns. Kampf vor uns, Kampf vor uns. War ich mit Mana rein? Und mal zum Spaß. Anscheinend. Keine Munition. Keine Munition mehr. Ja. Ich seh nicht zu kalt. Oder? Okay, okay. Oh, missier so kalt. Puh, ist denn eh nix. Kann ich hier vorbei? Ach, komm schon. Ich hab mich nur rumgemördert, ohne dass es mir was gebracht hat. Wasser. Du weißt, was ihr euch denkt, auf warmes Wasser zu trinken, dann ist die auch nicht heiß. Ja. 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 Aber anscheinend soll das helfen. Naja. Naja, wurschtet's. Durch da hinten Schwachsinnrede wieder. Ähm, Sauersprüche, ähm, weißt das wohl auf. Und der da haut. Nein. Kampf. Hat mich nicht mal vorgemacht. War ich hier drinnen? Glaub nicht. Schauen wir mal rein. Hallo. Wahrscheinlich nur Machtstöße. Umba. Was war das? War das ne Waffe? Wann das Bolzen nur? Uy. Was brauch ich das nächste Mal? Ich hab keine Ahnung. Das ist immer der, der mich für Loot gibt. Oh. Ich kann mich erinnern, da drüben war auch ne Kiste. Von Eingang. Diesmal echt. Ja, ja. Große Exitbeutel. Wo? Da gibt's noch was. Da ist die Kiste. Das war wohl nichts. Okay. Was? Ah, ja. Okay, okay. Zu einfach. Die kleine Kiste. Und ziemlich gutes Schloss. In diese Richtung brauchen wir nicht mal rennen. Ich glaub da wird nur weitere Kampfmaschine sein. Ja. Da hätt ich mal echt ne Granate gebraucht. Warte mal nicht regeln schon. Oh, Schlag. Ah, ist schon vorbei. Nein. 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 Was zum Treffer? Töte mich. Töte mich. Töte mich. Töte mich, Volk. Volk, komm schon. Lass mich raus hier. Nein. Ah. Kompossiert mir das so oft. Verdammt. Ah, verdammt. Ich muss wieder auf Schloss knacken. Ich muss wieder auf Schloss knacken. Ah. Ah. Mein stärkster Angriff. Glitscht das Spiel nur. Das ist mir etwas leichter, oder? Nein, das ist das gleiche wie vorhin. Komm, gib mir die Kleinen. Oh. Mein Lieblingsangriff von Nidoras. Das war wohl nichts. Das ist so sensitiv. Okay. Zu einfach. Down. Da kann ich mir den kleinen Helldrang rein. Granaten. Oh, ich bin verwirrt. Ich muss in die Granaten hier. Und rein da. Vielleicht nochmal schnell speichern. Ja. Verdammt. Oh, ich hab's getroffen. Oh, ich hab's getroffen. Weg, was hat sowas. Okay. Wir haben's überlegt. Ohne zu klitschen. Die klitschen sind die einzige Gefahr. Von Sol is easy. Objektsicht. Könnte ich mir auch zum Spaß mal rennen würden. Der Ort hier ist ein wenig... besorgniserregend. Ja, wo der Gegner drin lagen. Was glaubst du? Okay. Muss Objektsicht. Das kauf ich meistens. Dann haben wir Machtwelle, Machtdoos. Das ist der Wolf. Brauche ich auch nicht mehr. Der ist gleich wieder weg. Hm. So, Schott kann wer hier drin nochmal am logischsten. Gute Arbeit. Ach, ich mag Falk am liebsten. Mit dem Reno gehen mit, weil er als dann herumklitschen anfängt vielleicht. Ich mein, bei Falk auch gerade, aber... Dafür kann er nichts... Das ist meine Schuld. Dass ich Hupfen probier. Verdammt, hier ist dunkel. Ey, wir machen mal der... Ohohohohohohohoho. Macht schloss. Okay. Wir werden doch nur noch den Weg fragen. ich habe eine Fackel aber ich schieße sie mir nur aus der Hand Motte, Motte rechts von mir was haben wir hier für lächerliche Zaubersprüche noch Lederhaut, Körperschild, Körperschild ich brauche ein Kino durch Schwert es gibt hier viel zu wenig Muni damit meine Distanzklasse spielt ich habe mir zugeschaut, wow, wie klasse wenn die diesen Schwachsinn einzuziehen das war Falk die ganze Zeit Falk, ich habe nicht den Körperschild eingesetzt damit ich gerade auch noch dich überlebe während mich alles andere killst der Rest ist oben ganz sicher ok, ich glaube der Schritt ist weg verdammt ich muss zuerst rauf aber ich verstehe dich wieder zugepumpt ok ich helfe dir und schon stehe ich in Flamme gute Arbeit, gute Arbeit man, gute Arbeit ich bin stolz auf dich ohne deine Hilfe wäre ich nie so weit gekommen ich habe mich einfach nieder ich helfe dir pfff obwohl nehmen wir einfach irgendwas hier damit ich nicht meine Sachen verschwende so etwas nieder ich habe ich nicht nur noch mal Geh doch! Schau! Da ist wahrscheinlich nichts drin, ja. E-Lex, E-Lex, E-Lex. E-Lex Seed-Beutel. E-Lex. Ein bisschen E-Lex? Mhm. Ja, nur ein bisschen E-Lex. Sonst nichts. Wo ist Falk? Ah, er ist im Lift gesteckt geblieben. Dass er mich nicht umbringt. Sonst noch was? Objektsicht. Uh. Verdammt. Ja. Was? Unser Aufenthalt hier scheint mir äusserst riskant. Das habe ich doch nie geschafft. Es ist geklitscht. Abschalten. 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 Bescheiden. Abschalten. Dus. Abschalten. Da habe ich eine Krähe hier drinnen gehört, sehr unwahrscheinlich nichts mehr, Macht, nur noch Macht, boah, dachte ich, wenn ich runterstoßen könnte, ich würde es tun. Nette Aussicht, oh, sie geben uns viele kleine Zauberkram, ah, da gibt es überall noch was, wie es ausschaut, viel Plasma, 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 verdammt viel Plasma, Fortschrittsberichte, die lesen wir, oh, Kommandorüstung, ich habe es gesehen, hmm, Ewextränke. Objekt ES 23 ist vorbereitet. Ihr verdammten Scheißkerle, lasst mich los! Fixiert ihn, er darf sich nicht bewegen, während wir die Maschine anschließen. Nein, tu das nicht! Initialisiere Stufe 1. Nein, bitte nicht! Da hat Zigaretten drauf geraucht. Kommandorüstung, habe ich gesehen. Ah, Pants, ah, Pai. Nein, warte, was? Separatisten, Alp. Oh, das hat meinen ganzen Körper geändert. Das hat meinen ganzen Körper geändert. Hm, okay, ich bin Kommandor jetzt wieder. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind in den Kommandorunk wieder eingestiegen. Rank. Yep. Wenn ich hier nichts lege, interessiert mich die andere Seite auch nicht. Oh, macht. Ohne. 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 Ich will eine Elexatorenrüstung. Das klingt gut für mich. Ich weiß, da sollten die irgendwo auch verteilt sein. Oh. Die schaut nicht so cool aus. Mir gefällt die Separatisten, die mehr eigentlich. Eigentlich mehr. Das scheint auch nichts zu sein. Ohne. Wie viele Drohnen wollen die uns geben? Ohne. Ich bin richtig erfersüchtig. Okay. Oh, freut mich auf eine Entwicklung zu stehen, dieses Gebäude noch, dann bin ich fertig. Da waren wir drinnen glaube ich, ja, ihre Vögel interessieren mich gar nicht, auch wenn sie sich für mich interessieren, ja, kommt hier bloß rauf, probiert das, hier unten gibt es auch die fette Fights USA-Shot, Sonnenbrille modern haben wir die nicht schon. Maschinen, die gefällt mir am besten, wie schaut die Moderne aus, optisch, puah, pink, weil auch ein fetter Frost rollen, naja, ich seh meine Gegend auf der Map, da hat wieder wer geraucht, schwefel, 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 bisschen elig. Ah, das kann ich sicher noch einmal gut gebrauchen. Was war das? Das war mein Kleider, das ich zufällig gerade bekommen habe. Hey du! Das kann man schnell sterben. Operation. Total weit falsch. Ja. Das war ein bedrohlicher Ort. Ja. Was für bedrohlich wie du. Und dann geht es hier drüben weiter. Jo, peis.